Der Gesamtbetriebsrat von Galeria Karstadt Kaufhof hat mitgeteilt, dass ein Großteil der Warenhäuser zu Ende 2023, ein Teil davon zu Ende 2024, der Rest dieses Großteils geschlossen werden. In diesem Video erkläre ich dir, welche Auswirkungen das hat, ich sage dir, welche Warenhäuser das sind und wie du arbeitsrechtlich als betroffener Arbeitnehmer dich hier am besten positionierst. Ich gebe am Ende noch ganz konkrete Tipps, was jetzt sofort gemacht werden sollte, um sich da bestmöglich abzusichern in der Situation. Und ich sage dir auch noch etwas zu den Erfolgsaussichten von zu erwartenden Klagen gegen zum Beispiel eine Kündigung. Aber schauen wir uns zunächst einmal an, welche Filialen hier eigentlich betroffen sind. Dazu hat das Redaktionsnetzwerk Deutschland einen Artikel hier veröffentlicht. Die sind im Allgemeinen sehr gut informiert. Es gibt jetzt einen Großteil der Filialen, die Ende 2023 schließen. Zelle, Coburg, Cottbus, Duisburg, Düsseldorfer Straße, Erlangen, Gelsenkirchen, Hagen, Hamburg-Harburg, Hamburg-Warnsbeck, Leipzig-Neumarkt, Leverkusen-München-Bahnhof, Neuss, Nürnberg-Königstraße, Nürnberg-Langwasser, Offenbach, Paderborn, Regensburg, Neupfarr, Pfalz, Saarbrücken am Bahnhof, Siegen und Wiesbaden-Kirchgasse. Kirchgasse, dann gibt es weitere Filialen, die Ende 2024 schließen. Bayreuth, Berlin-Charlottenburg, Berlin-Müllerstraße, Bielefeld, Braunschweig, Bremen, Darmstadt am Weißen Turm, Dortmund-Düsseldorf-Schadostraße, Essen-Essling, Frankfurt-Zeil, Hanau-Heidelberg-Bismarckplatz. Ihr könnt hier nochmal lesen weiter, ja, also das ist wirklich eine Menge, Hildesheim, Kempten, Krefeld, Leonberg, Limburg, Lübeck, Mönchengladbach, Oldenburg, Pforzheim, Reutling, Rosenheim, Rostock, Schweinfurt, Siegburg, Stuttgart-Ebertstraße, Föhnheim, RNZ und Wuppertal. Die werden dicht machen und das ist ja natürlich klar, wird mit erheblichen Konsequenzen für einen Großteil der Belegschaft einhergehen. Es werden, so sagt der Gesamtbetriebsrat, weit über 5000 Arbeitnehmer ihren Arbeitsplatz verlieren. Ihr wisst ja, dass die vor drei Jahren schon in ein Schutzschirmverfahren geflohen waren. Ich hatte ja hier immer wieder darüber berichtet und ich hatte auch immer meine Skepsis zum Ausdruck gebracht, dass diese Dinge nachhaltig funktionieren, solange nicht mit einem grundlegend anderen Konzept an die Sachen herangegangen wird und das war nicht zu sehen, ist kaum zu erwarten, dass man hier sozusagen die allgemeine Entwicklung aufbrechen kann. Ja, das bleibt so, wie die das machen, ein Tod auf Raten und diese Raten sind jetzt zum Ende des Jahres 23 beziehungsweise zum Ende des Jahres 24 dann sehr, sehr groß. Diese für mich nach wie vor geltende Prognose, auch wenn die jetzt wieder schließen, ich glaube, das wird sich da an dem Grundsätzlichen, sehe ich keine Entwicklung. Ja, wenn ihr da andere Ideen habt oder andere Informationen, gern entweder unten in die Kommentare oder schickt mir das per Mail, aber ich kann in den Medien nichts erkennen, wo ich sage, okay, das ist jetzt mal ein neues Konzept, eine andere Herangehensweise, das sehe ich nicht. Also ich glaube, da gäbe es sicher Ideen, aber ich bin da kein Fachmann für, ich bin Jurist, ich kann es jetzt nur arbeitsrechtlich die Reaktion bewerten. Ja, das soll jetzt hier nicht so ein allgemeines Rumnörgeln sein, aber man kann ja selber sagen, scheint einem das von Ferne betrachtet ein Zukunftskonzept, was da passiert, oder ist das einfach der Tod auf Raten? Ich halte es nach wie vor für den Tod auf Raten. Was bedeutet das jetzt für, aus meiner Sicht, erstmal alle Arbeitnehmer? Schaut zuerst, ob ihr eine Rechtsschutzversicherung habt, schaut, ob die Beiträge bezahlt sind und schaut, ob Arbeitsrecht versichert ist. Wenn ihr keine habt, schließt eine mit möglichst kurzer Wartezeit ab. Es ist durchaus denkbar, dass die noch greift, denn der Versicherungsfall tritt ja regelmäßig erst ein, wenn ihr die Kündigung bekommt. Sodass, je nachdem, wie lange die Kündigungsfristen sind und wann jetzt die Kündigung ausgesprochen werden, möglicherweise noch Zeit ist. Auch wenn ihr jetzt denkt, vielleicht ist da keine Zeit mehr, ich würde es trotzdem machen. Es gelingt häufig, die ersten Kündigungen wegzukicken. Siehe Air Berlin zum Beispiel, da waren die Massenentlassungsanzeigen falsch und es waren auch noch viele andere Mängel. Ich erzähle euch das ja immer wieder. Damals war er höchst umstritten. Ich hatte ja gesagt, zu Wehr setzen, sogar ohne Rechtsschutzversicherung. Alle Mandanten, die wir von Air Berlin hatten, trotz der Insolvenz, wovon wir jetzt ja hier bei dem Unternehmen, ich muss immer, ich sage immer so, für mich war es früher Karstadt und Kaufhof, seitdem war ich da nicht mehr da. Deswegen muss ich immer wieder gucken, wie die eigentlich jetzt heißen. Galeria, Karstadt, Kaufhof. Kommt mir so schwer über die Lippen. Also das Problem ist halt einfach, hier ist ja keine Insolvenz und deswegen sind die Erfolgsaussichten hier in jedem Fall sogar noch besser. Aber da viele Arbeitnehmer eben nicht so gut verdienen bei Galeria Karstadt-Kaufhof, ist dann, wenn die Kündigung kommt und wenn es dann um die Kosten geht, halt doch oft die Freude am Verfahren oder dass man sozusagen die Energie aufbringt, sich zu Wehr zu setzen, zu versuchen, hier eine größtmögliche Abfindung rauszuholen, die ist eben leichter und ungetrübter, wenn man sich um die Kosten keine Gedanken machen muss. So, das ist der erste Punkt. Der nächste Punkt. Auch wenn es einen Sozialplan gibt, lohnt sich eine Kündigungsschutzklage immer. Denn der Sozialplan ist ja das Netz, in das du immer mindestens fällst und mit der Kündigungsschutzklage können wir deine Ergebnisse verbessern. Deutschlandweit bieten wir ja an, du kannst anrufen, unverbindlich bei Kündigung oder Aufhebungsvertrag, auch wenn man dir einen Aufhebungsvertrag auf den Tisch knallt, kannst du mit uns kostenlos und unverbindlich das erstmal besprechen, wie die Erfolgsaussichten sind. Ich werde hier in dem Bereich bei Galeria Karstadt-Kaufhof mit Sicherheit zur Klage raten, wenn eine Rechtsschutzversicherung da ist. Wenn keine Rechtsschutzversicherung da ist, dann muss man das ein bisschen genauer anschauen, aber in der Regel würde ich da auch zur Klage raten, denn die Wahrscheinlichkeit, dass der Arbeitgeber hier Fehler macht, die ist recht groß. Sie ist nicht ganz so groß wie sonst, denn es werden halt viele Häuser geschlossen. Die werden einfach dicht gemacht. Und damit ist die Argumentation dann zu sagen, man hätte erstmal den anderen Kollegen nehmen müssen vom Nachbarverkaufsstand oder so, die ist dann schwierig, weil du ja, wenn du die Häuser dicht hast, die definitiv erstmal klar ist, dass bestimmte Arbeitnehmer an bestimmten Orten nicht mehr beschäftigt werden. Und insofern ist es aus meiner Sicht eben wichtig, hier unbeschwert kämpfen zu können. Trotzdem passieren, selbst wenn der eigentliche Kündigungsgrund relativ klar und an sich einfach zu handhaben wäre, in der Praxis immer wieder sehr viele Fehler und die sind dann auch in vermeintlich aussichtslosen Fällen ein guter Anhaltspunkt, um da ranzugehen. Aber auch bevor es zur Kündigung kommt oder dir ein Aufhebungsvertrag vorgelegt wird, solltest du vorsichtig sein. Wenn der Arbeitgeber viele Leute loswerden will, dann sucht er natürlich auch nach alternativen Möglichkeiten. Wie sieht es mit deinen Krankheitszeiten aus? Ist das ein Ansatz für eine Kündigung? Wenn du eine Einladung zu einem BEM bekommst, schau dir die Videos dazu an, die wir hier auf dem Kanal haben. BEM, betriebliches Einladungsmanagement, ist dann dein Thema. Erkläre ich alles, was man da machen muss. Sei vorsichtig mit Vertragsverstößen. Verhalte dich so korrekt wie möglich, um dem Arbeitgeber keinen Vorwand zu liefern, dich dann sogar ohne Sozialplanabfindung auf einfachem und günstigem Weg loszuwerden. Also da sollte man auf jeden Fall darauf achten. Und auch, sogar wenn der Arbeitgeber dir was anderes anbietet, eine Vertragsänderung, eine Tätigkeit irgendwo, sei immer vorsichtig, bevor du etwas unterschreibst. Von der Unterschrift kommst du in der Regel nicht mehr weg. Das Gleiche gilt natürlich auch beim Aufhebungsvertrag. Auch da Vorsicht, bevor du unterschreibst. Denn eine Unterschrift lässt sich meistens nicht mehr wegbekommen. Man kann dann zwar noch anfechten, aber dann mit deutlich schlechteren Karten, als wenn man eben nicht unterschrieben hätte und sich erst mal hätte beraten lassen. Wenn du Fragen zum Thema hast, wenn du selbst betroffen bist, gern unten in die Kommentare. Und du kannst auch gern hier einfach abonnieren den Kanal. Ich werde an dem Thema dranbleiben. Zuvor entspricht du mir in den Kanal sending paleydest Nachfolgl relating zu erwarten. Und du kannst du coeur mit demvorher geht. Ich werde eindrehen. Im Wahrheit habe ich mir gesucht. Vielen Dank.